Ich kletter mal schneller hoch. Uh, ist das wieder so ein Sendeturm? Ah, okay, nein. Wir kommen hier dann tatsächlich zum Gefangenenlager? Ich glaube schon. Deswegen, wir lassen uns noch ein bisschen die Zeit. Springen hier mal aufs Dach. Das Gebäude ist dann hier runter. Brechen uns fast die Beine. Schauen uns noch mal kurz um. Stellen fest, ah, da sind Münzen. Wo waren die vorher? So, haben wir auch aufgesammelt. Ich frage mich, wie wir hätten besser die Typen ausschalten können, aber naja gut. Uh, da ist noch so eine Nachricht. Mehr sowjet-Propaganda. Ja, das liest sich jetzt gar nicht mehr vor, oder was? Noch mehr sowjet-Propaganda. Aber ich will sie nicht weiter vorlesen. Ähm, weh, das Zeug ist jetzt wieder unten. Ne, ist es nicht. Nachtarbeit, Mann des Volkes. Äh, ja, ich glaube, das ist das. Das haben sie einfach mal nicht übersetzt. Es ist kaum vorstellbar, dass hier draußen jemand glücklich war. Dieser Text ist einfach. Lang lebe unser glückliches sowjetisches Land. Wer auch immer das hier platziert hat, hat einen grausamen Sinn für Ironie. What ever. Oder warum auch immer es da nicht drin vorkam. Kletter... Breitblatt, Kletterfeile. Okay, da fehlt uns noch was. So, jetzt setzen wir uns aber endlich mal ins Feuerchen. Atmen aus. Schauen wir mal auf die Fähigkeiten, die wir hier haben vielleicht. Was haben wir hier? Tödliche Präzision. Autosexekunen sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft, rücken sie Dreieck, um nicht an Feinden in der Nähe zu eliminieren. Dann V-Zenitäter verbinden sie Wunden schneller. Okay. Lautlose Landung. Die Landung nach Sprüngen und Stutzen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Weiß ich gerade nicht, ob ich das machen will. Woher ist. Ja, dann hol ich mir das. Dann haben wir ziemlich mehr Ausrüstung. Was auch ganz gut ist. Ah, verflucht. Ja, wir werden... Wir kommen ja hier eh wieder, wenn wir die nötige Ausrüstung haben. Jetzt würde ich schon gerne hier schneller laufen. Durchlaufen. So, und wir wollen zu dem Gefangenen. Nachdem zumindest mal kurz sehen. Wie es dem geht. Auf den die Kirche. Oh-oh. Oh-oh. Upsi. Ausweich-Manöver. Ja, das kommt ein bisschen spät. Hm. Kein Quick-Time-Event mehr. Upsi. Ist das eine Rückblende? Nein. Wir wachen auf. Jemand hat unsere Jacke geklaut. Wie unfair. Lara. Ist du okay? Hä, was? Oh, danke Gott. Hannah. Was? Was machst du mir? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr. Was ist passiert, Lara? Ich bin Angst. Glaube dir nicht. Das ist so... Sie ist doch... Komm mal. Ich glaube nicht, dass sie dir nachher kommen. Das ist alles meine Schuld. Dir geht's blendend. Wer sind sie? Was wollen sie? Das gleiche, was mein Vater nachher war. Oh nein, Lara. Ich habe dir gesagt, das nicht zu tun. Also ich traue ihr absolut gar nicht. Das ist bestimmt die Schwester oder Mutter oder Geliebte von Konstantin. Da ist er. Ihr Bubi. Obwohl, ihr Bubi kann das nicht sein, wenn dann eher ihr Partner oder tatsächlich Geschwister. Also ihr Bruder. Das ist aber ein dickes Ding zum Wirken. Bitte. Nein. Geh. Nein. Nein, du bist tot. Wo ist die divine Schmerz? Bitte. Bitte. Stopp. Ich weiß nicht, wo es ist. Das ist so gespielt, ey. Das ist genug. Sie weiß nicht. Oh. Was für ein Twist. Was? Was? Du... Nein. Du bist mit ihnen. Ich kann es nicht glauben. Du... Du... Ach, jetzt kommt schon Leute. Das war doch nicht verwunderlich. Ich weiß nicht. Trinity operates. Is that a no? It's a no fucking way. Tell me, Anna, were you recruited by Trinity before or after you started screwing my father? I loved Richard. But he was blinded by idealism, and it destroyed him. What would you do with the artifact? Show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just a frightened little girl, trying to walk in her daddy's shoes. Ha! Wie unfair, cool. We're done here. No, not yet. You and I. We can still be on the same side of history. Think about it, Lara. Warum hat er so krass rote, gerötete Augen? Das verstehe ich bloß nicht. Und nun? Zellblock A? Zellblock B? Kriege ich eine Uniform? Muss ich mir die Zelle mit einer Ratte teilen? Aber wie gesagt, das war jetzt sowas von... Naja, man konnte es sich ja denken, dass das was... Hey! This isn't over. Yeah! 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 Perhaps that's all he knows how to be. I thought I was alone. So did I. But here we are. So what should I call my new acquaintance? Nothing. I won't be staying. Constantine has little patience. Nor do I. So I see. Nice trick. Can you get us out of here? There's no us. I don't even know who you are or why you're here. I'm sorry, I'm not feeling particularly trusty right now. Genau. You won't get far without me. You don't know how far I've come. Ja, what do you know about them? A sect. Ancient and secretive. They believe themselves to be doing the work of God. From what I've seen, they're pretty far from holy. What do you plan to do with that? I'll let you know, what I think of it. Schön, Gefängnisausbruch ist immer toll. Wir brauchen schon verdammten, äh, Dingens, wenn, wenn, Entschuldigung, wenn ein Rohr haben kann, das sich anhört wie, keine Ahnung, Spielzeug. Und da bewahren sie die Waffen auf, das ist aber nicht sehr schlau, dass sie sie immer direkt neben dem verdammten, da auch bewahren, wo man, naja, wo man die Leute wegsperrt, ne? Oh nein, das ist ein besserer Bogen. Und ein Seil. Boah. Ist es eine Weg raus? Nein, aber ich habe etwas gefunden, das möglicherweise für Sie. Jetzt brauche ich nur noch einen Pfeil, ne? Kurve-Bogen und Seil. Na, damit kann man zumindest Leute wirken, also, Vorteil. Aber wie gesagt, wir haben ein Seil, das ist schon ganz gut. Zielen und Seilzug. Wir wollen nicht, dass wir die Tension haben. Ach, ich habe ein Seil, das ist... komisch. Ja, scheinbar schon. Das macht sie sogar schlau, weil sie so rausklettert. Warte, lass mich raus. Ich kann dir helfen. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich habe das auch. Ich arbeite besser alleine. Ich weiß die Strecke. Ich weiß die Land. Ich weiß die Land. Ich bin ein Fossler. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Vielleicht kann ich dir etwas mehr wertvolles. Ich weiß was du nachher. Nachher. Danke. Und jetzt sterbe ich, Jacob. Lara. Geh das. Insofern wir separiert werden. Nur gesehen, dass sie eins hat. Ich glaub, ich trau dem trotzdem nicht. Merkwürdige Bekanntschaft, ja. Das ist sie tatsächlich. Wir beginnen die Invasion des Valleys nicht 24 Stunden vor. Ich erwartete Resistenz und habe nicht verabschiedet. Die Menschen des Valleys denken, dass sie uns verabschieden. Aber je schwerer sie kämpfen, desto stärker meine Resolve wird. Wenn sie etwas nicht beschädigen würden, würden sie sich nicht so martieren. Sie würden keine Verabschieden mit so einer Resolve verabschieden. Sie sind Glaubwürdige. Ich respektiere das. Aber sie sind auf der falschen Seite dieser Kriege. Es wird nicht lange sein. Jetzt. Eine neue, bessere Welt ist anhand. Tönig ist mit vielen Männern hier. Mit einem Wahnsinnigen als Anführer. Ja. Der Wahnsinn. Haha. Achso, wir haben unsere Sachen wieder. Aber scheinbar keine Pfeile. Der Witz kommt raus. Die haben uns die Sachen abgenommen, aber ich kann ja trotzdem Pfeile herstellen. Das ist doch bescheuert. Egal. Ein silberes Zigarettenkopf. Sieht, wie es durch eine Krieg war. Das ist... wahrscheinlich. Wo sind da die Pfeile weg? Die Pfeile weg. Ich habe endlich gelegt meine Betreile bare. Lara weiß die Wahrheit. Jetzt eine schwierige Reihe von Emotionen hat mich. Remorse, sicher. Remorse für ein Stück von mir, das war in dieser Köln. Aber etwas anderes, auch. Ich weiß, Konstantin denkt, dass ich mich verloren habe. Dass meine Zeit mit den Krofts hat mich verletzt. Aber er ist falsch. Es ist nicht Softness. Es fühlt sich statt wie eine neue Art Resolve. Ich wusste, dass Herr Kroft ein intelligenter Mensch wäre. Ich weiß, dass seine Daughter in ihrem Kopf hält. Als Mitglied, würde sie nicht wertvoll sein. Als Feind, würde sie ein schwieriges Problem sein. Ich muss sicher, dass Konstantin's Arroganz nicht die bessere von ihm, als wir sie aufnehmen. Ein Teil von Annas persönlichem Tagebuch. Sie hat meine Familie jahrelang manipuliert. So lange Zeit. Und ich habe ihr vertraut. Ja, warum? Es war doch schon sehr seltsam, dass sie dahergekommen ist mit... wo niemand ihm glauben wollte. Und so. Oh ja, ist das toll. Dann hören wir uns das mal an. Hm. Die. 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 Die sind ancient. Was haben sie gefunden? Du musst sie fragen. Wir müssen gehen. Wir sind hier nicht sicher. Die. 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 Das. Die. Die. Die 왔ene. Die. 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 Na mal sehen ob er mich wirklich findet. Okay, die benutzen den Hubschrauber als Liefer, klar. Was wollten wir jetzt machen, Schrauberklauen? Um was?